Hallo zusammen, ich bin der Patrick vom Roboprax Team aus Marburg und in diesem Video werde ich euch eine kleine Aufgabe für den NAO-Roboter vorstellen. Diese Aufgabe kann man auch mit dem virtuellen Roboter in der Software Choreograph programmieren. Daher könnt ihr die Aufgabe auch daheim an eurem PC oder Laptop ausprobieren. Nun zur Aufgabe. NAO-Roboter wie dieser hier besitzen mehrere Berührungssensoren, an den Händen sogar drei. An der Handinnenseite, am Handrücken und an der Handaußenseite. In dieser Aufgabe soll NAO die rechte Hand öffnen, wenn einer dieser drei Sensoren berührt wird und wenn ein anderer der drei Sensoren berührt wird, schließt er sie wieder. Das soll NAO sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand können. Um es etwas interessanter zu machen, soll NAO auch sagen, ob er seine Hand jetzt schließen oder öffnen wird. Das können wir so oft wir wollen wiederholen und wenn wir die Anwendung beenden wollen, dann berühren wir den Kopfsensor, der hier oben ist. Um die Aufgabe besser zu verstehen, zeige ich euch einmal, wie die Anwendung auf einem echten Roboter aussieht. Der Roboter ist gerade in der Ausgangstellung. Wenn ich jetzt den Sensor berühre, öffnet der Roboter seine Hand und sagt es auch dazu. Berühre ich jetzt einen anderen Sensor an der Hand, wird die Hand geschlossen und er sagt es auch. Das kann ich natürlich auch mit der anderen Hand machen. Er öffnet sie. Er schließt sie. Und wenn ich jetzt den Kopfsensor berühre, macht er nichts mehr. Ich habe die Anwendung beendet. Gleich erkläre ich euch, wie man diese Roboteranwendung mit Choreograf selbst programmiert. Davor pausiert aber einmal das Video und probiert es selbst aus. Bis gleich. So, nun zur eigentlichen Programmierung der Aufgabe. Da wir wollen, dass die Anwendung jederzeit durch berührende Kopfsensoren aktiviert ist, müssen wir das auch so einbauen. Und dafür benötigen wir die Tactile Headbox. Die können wir aus den Boxlibraries hier unten einfach in die Arbeitsfläche ziehen. Da wir wollen, dass das jederzeit möglich ist, verbinden wir den Programm Start mit dem Start der Tactile Headbox. Somit sind die Kopfsensoren aktiv. Berühren wir jetzt einen der Kopfsensoren, den vorderen, den mittleren und hinteren, werden auch dementsprechend diese Boxen hier ausgelöst. Vorne, Mitte, hinten. Da wir wollen, dass der Kopfsensor deaktiviert wird, sobald wir es einmal berührt haben, weil die Anwendung dann ja beendet wird, verbinden wir diese Outputs mit dem On-Stop Input der Box. Das sieht so aus dann. Dadurch deaktivieren wir die Box und das Signal wird über den On-Stop Output weitergegeben. Da wir möchten, dass wenn wir den Kopfsensor berühren, die Anwendung zu Ende ist, verbinden wir jetzt diesen Output mit dem Programm Ende. Und zwar so. Wenn ich jetzt einmal die Anwendung teste, werden wir sehen, vom Programm Start läuft das Signal in die Tactile Headbox. Unsere Kopfsensoren sind aktiv. Und da wir jetzt nur einen virtuellen Roboter haben, können wir das Berühren der Kopfsensoren durch Doppelklick auf einen dieser Outputs simulieren. Ich tue mal so, als ob ich den mittleren Teil des Kopfes berühre. Daher mache ich einen Doppelklick hier und die Anwendung ist beendet. Das sehen wir daran, dass hier oben der Stopp-Knopf ausgegraut ist. So, als nächstes müssen wir die Sprache einstellen. Dafür benutzen wir die Set Language Box. Die ziehen wir genauso aus den Box Libraries in die Arbeitsfläche. Da wir die Sprache am Anfang der Anwendung einstellen, verbinden wir auch diese Box mit dem Programm Start. Im Dropdown-Menü hier können wir die Sprache einstellen. Da aber der virtuelle Roboter noch einige Probleme hat mit anderen Sprachen außer Englisch, benutzen wir erstmal die englische Sprache. So, nachdem die Sprache eingestellt ist, möchten wir, dass die Handsensoren aktiviert werden. Das heißt, wir brauchen wieder Boxen dafür. Diese heißen Tactile Left oder Tactile Right Hand. Und die finden wir auch hier unten in den Box Libraries. Ich fange jetzt erstmal mit der linken Hand an. Da ziehe ich die Tactile Left Hand Box auf die Arbeitsfläche und verbinde sie mit dem On-Ready Output der Set Language Box. Da wir erst möchten, dass unser Programm die Sprache einstellt und danach die Sensoren aktiviert. Nun sind die Sensoren aktiv und es ist genauso bei der Handberührungssensoren-Box wie bei der für den Kopf, dass die Outputs für die verschiedenen Sensoren stehen. Daher als nächstes wollen wir, dass der Roboter die Hand öffnet oder schließt. Dafür brauchen wir die Hands-Boxen. Die können wir auch hier unten finden und ziehen sie in die Arbeitsfläche. Ich ziehe gleich mal zwei hinein, da wir ja auch zum Öffnen und Schließen jeweils eine Box brauchen. Über das Werkzeugsymbol hier können wir die Parameter einstellen. Bei dieser Box heißt das, wir können einstellen, ob sich die rechte oder linke Hand benutzt werden soll und ob die Hand geschlossen oder geöffnet werden soll. Da wir gerade die linke Hand öffnen oder schließen wollen, stellen wir das hier auch so ein. Linke Hand, Open the Hand. Beim anderen, linke Hand, Close the Hand. Nun ist es wie bei der Box hier oben, bei der Kopfsensoren-Box, dass wir die Outputs verbinden wollen. Da wir aber nicht wollen, dass die Handsensoren deaktiviert werden, verbinden wir sie nicht wieder oben mit dem eigenen Input, sondern direkt mit dem nächsten Start. So können wir das auslösen. Ich benutze jetzt einfach mal die Hand-Innenseite und die Hand-Außenseite für das Auslösen. Das können wir jetzt auch wieder testen, indem wir oben Play drücken. Jetzt wird die Set-Language-Box rot, da der virtuelle Roboter nicht hören kann. Dadurch gibt es einen Fehler in dieser Box und wir müssen das Signal selbst weiterleiten. Das tun wir, indem wir auf den On-Ready-Knopf klicken. Doppelklick hier drauf und das Signal geht weiter. Nun ist die Tector Left Handbox aktiv und wir können wieder simulieren, dass wir die Hand berühren, indem ich hier drauf drücke, auf Left Touched. Und wir sehen hier links beim virtuellen Roboter, dass die Hand sich gerade geöffnet hat. Wenn ich jetzt den anderen Sensor berühre oder simuliere, schließt sich die Hand wieder. So, jetzt fehlt nur noch, dass der Roboter uns sagt, ob er sie öffnet oder schließt. Das können wir mit einer Say-Box machen. Die finden wir hier. Ich ziehe auch gleich wieder zwei Say-Boxen in die Arbeitsfläche. Über die Parameter können wir einstellen, was der Roboter sagen soll. Das geben wir hier bei Text ein. Da schreibe ich mal rein, I am opening my left hand. Und bei der anderen Box schreibe ich, I am closing my left hand. Das heißt, das ist einfach nur auf Englisch. Ich öffne und schließe meine linke Hand. Und da wir wollen, dass der Roboter das zuerst sagt und dann ausführt, löschen wir wieder diese Verbindungslinien hier und packen die beiden Say-Boxen dazwischen. Das heißt, wir berühren die linke Außenhand, der Roboter sagt es und öffnet die Hand. Wir berühren einen anderen Sensor, der Roboter sagt, dass er die Hand schließen wird und tut das auch. So, das war es auch schon. Die Anwendung habe ich gerade nicht beendet, wie ihr seht. Das seht ihr ja, dass das Stopp-Zeichen noch nicht ausgegraut ist. Jedoch kann ich das ja, indem ich einen der Kopfsensoren berühren. So, es ist ausgegraut und die Anwendung ist beendet. So, dann testen wir das jetzt noch einmal, bevor wir das für die rechte Hand bauen. Ich drücke auf Play. Es wird rot. Der virtuelle Roboter sagt, er kann etwas nicht einstellen. Wir leiten das Signal trotzdem weiter hier drüber. Und jetzt wird man gleich am virtuellen Roboter sehen, dass er die linke Hand öffnen wird und in der Sprechblase, dass er das auch sagt. So, er sagt, I'm opening my left hand. Tut das auch. Anderer Sensor, er sagt, er schließt sie. Tut das auch. Ich beende die Anwendung. So, und nun fehlt eigentlich nur noch der zweite Teil für die Taktile Right Hand oder für die rechte Hand und das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell für euch. So, nun haben wir alle Boxen auf der Arbeitsfläche und es sind auch alle Boxen verbunden. Ich teste die Anwendung nur noch mal. Ich drücke Play. Die Box funktioniert zwar, aber sie wirft eine Fehlermeldung. Daher leiten wir das Signal manuell weiter. Und wenn ich jetzt bei der rechten Hand den Sensor berühre, sagt er, dass er sie öffnet und tut das auch. Und wenn ich den anderen Sensor berühre, sagt er, er schließt sie und tut das auch. Und wie gesagt in der Aufgabenstellung, ich kann das so oft durchführen, wie ich möchte. Die Anwendung beenden wir, indem ich einen der Kopfsensoren berühre. So zum Beispiel. Ja, das war schon die Aufgabe. Ich hoffe, das hat euch gefallen und bis bald. So zum Beispiel. Ich hoffe, das hat euch gefallen und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020